Hallo liebe Stierfrau, lieber Stiermann, hier ist die Imbal von imbalstero.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 22. bis 23. Januar aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Also, unten in der Infobox findest du außerdem den Link zu den häufigsten Fragen und den Link zu deiner Jahreslegung für 2020. Also, Stierfrau vom 22. bis 23. Januar. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, okay? Fühlen sich komisch an die Karten, schauen wir mal. Das geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor. Das hier zeigt, was in ihnen vorgeht. Zwei der Kelche. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, doch mal, das sieht man gut. Dieser Mann hier streckt seine Hand in ihre Richtung und macht eine beschwichtigende Geste. Und beide schauen ein bisschen traurig runter und sie stoßen hier an mit den Kelchen. Das hier ist die Karte für Sehenverwandtschaft. Ich habe das Gefühl, dass dein Herzensmann, deine Herzensdame zu Sinnen gekommen ist. Stier, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden, ich besinne mich endlich auf unsere Liebe. Stier, ich besinne mich auf unsere Liebe. In diesem Sinne zu Sinnen gekommen. Es ist so, wie wenn dieser Mensch sagen würde, du hattest recht. Du hattest recht und du meinst nur so, hm, hm. Und wenn dieser Mensch so auf dich zukommen wird, stier, wirst du vor allem, oh, die Schmerzen, die du durchgemacht hast, während er, sie, während dein Gegenüber, ist egal, das kann Mann oder Frau dann sein im Echtenleben. Du wirst die Schmerzen, die du erlebt hast, während er sie zu Sinnen kam, widerspüren. Das wird alles hochkommen, das wird alles hochkommen. Mach dich darauf gefasst. Sonne. Mir ist etwas klar geworden, und zwar haben wir eine unglaubliche Verbindung, Stier. Der Teufel, die Sonne, zwei der Kelche, wir zwei, wir gehören zusammen, Stier, sagt dieser Mensch. Und hier habe ich ein Angebot für dich, das das Ganze festigt. Super. Danke, danke, Herzensmann, danke, Herzensdame. Das ist die zweite Legung, die ich für Stier mache. Bei der vorherigen waren die total am Boden zerstört, und so etwas publiziere ich nicht. Es hungern immer noch Kinder auf der Welt, und ich habe keine Lust, hier Videos zu publizieren. Ja. Eigentlich sollte ich solche Videos publizieren, und dann gleich auch einen Spendenaufruf für Kinder, denen es schlechter geht. Also. Ja, ist so. Ist so. Nein, 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 nein. Stier. Du erhoffst dir, dass dieser Mensch sich darauf besinnt, dass sie zurückkommen. Das ist dein größter Wunsch, dass dieser Mensch aus der Vergangenheit wieder auf dich zukommt. Das ist dein größter Wunsch momentan. Auf der Seite von Herzensdame, Herzensmann. Huhu, huhu, huhu. Ah, okay. Gut, 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 gut. Gut. Äh, äh, die Angst vor Zehn der Kelche. Okay. Okay. Wäre jetzt auch ein bisschen too much gewesen, wenn hier auch eine Megakarte kommen würde. Äh, dein Herzensmann, deine Herzensdame hat ein bisschen Angst vor diesem Glück, und kein Wunder auch, dass sie hier direkt mit einer Münze kommen. Huhu, das scheint ein Mensch zu sein, der sehr viel Wert auf Erdung legt, hm. Ein, äh, Erdzeichen könnte das sein. Die müssen das fassen können. Man kann ihm nicht einfach den ganzen Tag, äh, zujubeln und Küsse verteilen, Umarmung und all das Zeugs. Dieser Mensch muss Versprechen haben von dir. Hm. Ein Versprechen. Ein Versprechen, hm, sichtbares, fassbares, irgend sowas, um, um sich zu beruhigen, hm. Was wird jetzt passieren in den nächsten zwei Tagen? Ach, der Schwerter, der hier, kurze technische Störung, never mind. Ach, der Schwerter, der Hierophant, während du hier nicht weißt, wie du dieses, diesen Wunsch hier erreichen kannst, wie du, äh, dafür sorgen kannst, dass dieser Mensch wieder zurückkommt, hm. Und, du hast das Gefühl, du kommst hier nicht weiter, macht dieser Mensch Heiratspläne. Heiratspläne. Warum? Weil sie hier das hier fassbar haben müssen. Dieser Mensch will es schwarz auf weiß haben. Sonst haben sie Angst. Die haben Angst, dass die Kelche hier runterfallen. Seht ihr, wie dieser Mensch sich am Boden festhält? Am Boden abstützt? Dieser Mensch braucht Halt unter den Füßen. Und genau das überlegen sie sich jetzt. Sie denken sich, ich sollte Stier heiraten. Ganz einfach. Deine Karte. Wende es auf deine Situation an. Nicht jeder hier, ähm, kann heiraten, will heiraten, könnte heiraten. Ähm, oder ist überhaupt so weit. Bei denen, wo das eine Möglichkeit wäre, bitte sehr, da habt ihr es. Dieser Mensch möchte mit dir glücklich sein. Hat aber Angst davor, dass es wieder verloren gehen könnte. Und möchte das fixieren. Auf die eine oder andere Art. Ich ziehe jetzt hier weitere Karten. Und dann werde ich mit den Zeitkarten schauen, wann der erste Schritt hier stattfinden wird. Okay. Der erste wichtige Schritt. Und außerdem werde ich diese Karten hier fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.